Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 19. Das ist die Entgegennahme einer Erklärung nach Art. 113 Abs. 2 der Hessischen Verfassung. Meine Damen und Herren, mir ist am heutigen Tage folgendes Schreiben des Ministerpräsidenten des Landes Hessen zugegangen. Es lautet, sehr geehrter Herr Präsident, die Bevölkerung des Landes Hessen hat am 28. Oktober 2018 ihre Abgeordneten zum Landtag neu gewählt. Der neu gewählte Landtag ist heute erstmals zusammengetreten. Nach Art. 113 Abs. 2 der Hessischen Verfassung erkläre ich namens der Landesregierung den Rücktritt des Kabinetts. Die bisherige Landesregierung wird die laufenden Geschäfte nach Art. 113 Abs. 3 der Hessischen Verfassung bis zu deren Übernahme durch die neue Landesregierung weiterführen. Mit freundlichen Grüßen, Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident. Das Haus nimmt die Erklärung zur Kenntnis. Herr Ministerpräsident, wir danken der Regierung für ihre Arbeit. was besser funktioniert. So war das Leben zu curve informative.